So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der dicke, eigentlich ist heute ja der Community-Raid dran mit Kaburiki, Pupsi wartet schon und guckt immer zu die ganze Zeit, ob ein Raider scheint, der wird dann halt so 15 Uhr oder so vielleicht als Video kommen, jetzt aber brandaktuell für euch, die neue Season hat angefangen, wir haben ein neues Kanal-Maskottchen, nämlich dieses Zarude hier, da rechts am Rand, denn Zarude hat die meisten Stimmen gehabt im Community-Tab bei der Abstimmung für das Kanal-Maskottchen für den März, da ist es jetzt, dann ist ab heute, weil die neue Season ist, gibt es ja eine neue Forschung für jeden im Spezial-Tab, die heißt Welt voller Wunder, da möchte ich jetzt mal, also eigentlich möchte ich die nicht verfilmen, weil die hat ja eh jeder, ich würde, wenn dann Ticket-Forschungen filmen, um das den Leuten zu zeigen, die halt die nicht haben, dass die sehen, was da drin ist. Hier ist ein Venigro drin, das war angekündigt, dass es eine Forschung mit dem gibt, ich will den jetzt hier abholen, das ist meiner, ihr könnt euren abholen, ihr könnt mir dann mal sagen, wie gut eurer ist, ich zeige euch, wie gut meiner ist und dann kommen wir zum eigentlichen Thema, jetzt ist er hier mit einem Critical Catch auch gefangen, neuer Poketext-Eintrag, ich muss mit dem Ding noch warm werden hier, Power-Up, okay, neue Attacke, okay, ansonsten hat er nix, ich dachte, der geht irgendwie entwickeln oder hat irgendwie noch was krasses, besonderes. Venigro, kenne ich nicht, sagt mir nix, ist wohl eine Ultra-Bestie, hat drei Sterne, 10, 12, 15, schönes Treppchen, den wollte ich nur kurz zeigen, dass ihr sagen könnt, wie gut eures ist und was man damit macht, weiß ich nicht. Dann ist die Seite hier fertig, die erste, es geht auf die zweite Seite, aber die Forschung hat, wie gesagt, jeder im Spezial-Tab, heute ab dem 1. März, was jetzt auffällig ist, ihr seht ja hier schon den Hintergrund, den ich habe, da sind Trainer mit einem Buch, mit einem Hut, mit einer Brille, ein hässliches Pikachu, ihr seht mein Outfit sieht jetzt auch schon so aus, ich habe den, ich habe den Hut, ich habe die Brille, ich habe diese Pose und das gibt es jetzt bei den Showcases, also wenn ihr eure Showcase-Medaille den Fortschritt vorantreibt, kriegt ihr auf den unterschiedlichen Stufen, Bronze, Silber, Gold und Platin, eben unterschiedliche Belohnungen und an letzter Stufe steht ein Pikachu, nämlich das Pikachu, was ihr dort seht, könnt ihr hier rausbekommen. Ich kann ja mal auf die Showcase-Medaille drauf, dann sieht man, für Bronze bekommt man diese Professoren-Pikachu-Brille, die habe ich auf, für Silber gibt es die Professoren-Pikachu-Haarreif, die Haarreif habe ich auf, für Gold gibt es die Professoren-Pikachu-Pose, die habe ich gerade angelegt, aber ich habe schon Platin erreicht und hier ist eine aufregende Begegnung mit Pikachu drin, das holen wir jetzt ab, es hat 387, das scheint aber ein Bug zu sein, denn es wurde berichtet, dass egal wer das abholt, gerade zum momentanen Stand immer 387 bekommt und man dadurch glaube ich 12, 13, 14 an den Werten hätte und wer ein besseres oder ein anderes haben will, müsste wohl warten, bis dieser Bug behoben wird, deswegen sage ich euch das gleich, holt es nicht ab am ersten Tag, macht es nicht wie ich, macht es anders, jetzt haben wir hier dieses Professoren-Pikachu, was halt, naja, sehr Pikachu-Brutal aussieht, wir können es auch mal bewerten, dann sehen wir, das hat hier 12, 13, 14, also das passt alles, ob das so gewollt ist, ob mit der 387 und mit diesem Treppchen, ob da was noch dahinter steckt oder ob das ein Bug ist, dass das bei jedem gleich ist und keiner eine andere IV raushaben kann und eine andere WP, das weiß ich gerade nicht, ich weiß nur, so bekommt ihr dieses Professoren-Pikachu, indem ihr eure Showcases macht, die Pladin-Medaille erreicht, das dann abholen könnt, ich werde mir jetzt auch mal den den Spaß machen, das direkt als Buddy zu nehmen, dann muss ich es aber wieder Kaiser Kai nennen, weil Kaiser Kai der letzte Ticketgeber war, nämlich von dem Event, was am Sonntag ist, so, das werde ich gleich noch beschriften, ich werde es gleich zu Kaiser Kai umbenennen, aber so lasse ich das jetzt erstmal, das Pikachu ist drin, ich bin drin, alles drin, damit jeder fragt, hä, wo hast denn das her, hä, wie geht denn das, hä, jetzt haben wir das neue Ding abgeholt, wir haben das Pikachu abgeholt, aber ein was möchte ich noch anmerken, denn hier ist ja auch der Artikel, wo das nochmal alles drin steht, dass man eben jetzt dieses Pikachu bekommen kann, dass diese einzelnen Stufen hier sind, wo man die Accessoires, die Pose bekommt, aber hier der Punkt Neuerungen an Pokéstop Showcases, der Wettstreit geht in die nächste Runde, bei Showcases gibt es jetzt noch mehr Möglichkeiten, gegeneinander anzutreten, die Leute haben immer gesagt, es ist langweilig, immer größeres Pokémon, ah, was soll das denn sein, das klingt jetzt interessant, aber in Showcases können jetzt mehrere Pokémon-Arten in einer bestimmten Kategorie teilnehmen, beispielsweise gibt es jetzt Showcases, bei denen alle Feen-Pokémon oder alle Drachen-Pokémon mitmachen dürfen, das finde ich richtig bescheuert, denn die Leute waren genervt, dass immer nur das Größte gewinnt, sie sollen auch mal nach was anderem gehen, jetzt sagen sie Neuerungen mehr, aber es geht ja trotzdem wieder nur um das Größte, aber nicht um ein bestimmtes, sondern von einem bestimmten Typ, und das Problem hatten wir schon mal beim Feen-Event, da bist du rumgelaufen, hast alles gefangen, was da rumgesessen hat, hast alles reingesetzt und egal wie groß und fett und stark dein Pokémon war, du hast trotzdem absolut keine Chance gehabt, wenn irgendwelche langjährigen Spieler ein Xerneas in die Arena gesetzt haben, waren die automatisch Platz 1, weil Xerneas ist legendär, war eine Fee, zack. Mein Account, der Habanero Lime, existiert noch nicht so lang, der hat keinen Xerneas, seitdem war auch kein Xerneas da, ich glaube auch nicht, dass Xerneas demnächst in die Raids kommt, was bringt es mir denn also, bei einem Event rumzulaufen, alles zu fangen, alles was XL ist aufzuheben, in die Showcases zu setzen, wenn dann einer kommt, der sein 3 Jahre altes Xerneas reinsetzt und automatisch Platz 1 ist, und muss dieses aktuelle Event gar nicht spielen, das finde ich schade, ich fand es gut, wenn jetzt ein Event ist und die sagen, okay, Montag bis Mittwoch ist ein Event, da ist hier Quapsel drin mit einer Mütze und das größte Quapsel mit Mütze gewinnt den Showcase und wer in den 3 Tagen gespielt hat und wer in den 3 Tagen eben ein großes Quapsel bekommen hat, hat dieses große Quapsel in diesen Event-Showcase reingesetzt, hat sich damit eine gute Platzierung geholt, denn so kannst du hier wirklich Pokémon von vor 10 Jahren nehmen, auch wenn du jetzt gar nicht mehr spielst, einfach Showcase rein, fertig. Finde ich doof, ich finde es besser, wenn das halt immer aktuell ist. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu sagen und vor allem, ob ihr schon die Platin-Medaille habt, ob ihr auch durch das Pikachu abholen konntet, ob ihr es abgeholt habt oder ob ihr damit noch wartet, bis vielleicht dieser Bug mit den 387 nicht mehr da ist. So, meine kleine Ultra-Bestie. Dann, was war's von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, Peace out for Haut, euer Ramses und gleich geht's auf zum Community-Raid, der dann heute auch noch kommt. Das machen wir weg, das machen wir aus und ciao.